Wie stehst du zu der ganzen Kritik zum Thema Geldschnurren in den Kommentaren? Also speziell auf die Kommentare bezogen ist es mir nicht egal. Also wenn das in den Kommentaren steht, dann mittlerweile lese ich mir das Ganze auch gar nicht mehr durch, weil ich bekomme sehr viele positive DMs und von den Kommentaren lassen sich halt sehr viele sehr einfach beeinflussen. Und ich habe das von großen Creatern auch gelernt, wie zum Beispiel Fritz Meinecke oder so, der sich das auch gar nicht mehr durchliest, weil er meinte, dass es sowieso nichts ändert. Man weiß ja, dass man das richtig macht und man ist ja selber überzeugt von seiner eigenen Arbeit sozusagen. Und daher ist mir das eigentlich egal. Wo bist du gerade? Ich bin in Marrakesch. Wobei ein bisschen außerhalb, so keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so. Aktuell Barcelona, geil, da war ich auch vor zwei Wochen mittlerweile sogar schon. Das geht so schnell, das ist crazy. Was arbeitest du? Nichts. Ja, ich habe eine Kochausbildung gemacht. Also ich bin gelernter Koch, aber arbeite jetzt sozusagen als Influencer. Wobei ich ja kein Geld ausgebe. Das heißt, meine ganzen Einnahmen sind für nach der Weltreise, für zukünftige Projekte. Weil ich das Ganze natürlich noch auch fortführen will. Und ich probiere es natürlich schon ewig mit Social Media seit sieben Jahren oder so. Und jetzt halt finally der Durchbruch. Also extrem geil. Ich gehe mal woanders hin. Nerven dich die dummen Kommentare, dass alles Fake sein soll? Ja, eigentlich ist es gut. Weil das Ding ist, Hate-Kommentare sind natürlich Engagement. Und pushen den Algorithmus extrem. Die Hater diskutieren untereinander. Ja, pushen sich gegenseitig hoch. Und natürlich auch meine Videos dann in dem Fall. Tag 1 hat sehr viele Hate-Kommentare. Und das Video hat jetzt, glaube ich, 2,9 Millionen Aufrufe. Was crazy ist. Ich habe durch dieses eine Video, glaube ich, 30.000 Abonnenten dazu bekommen. Von dem her, I love the haters. Fan von dem Fußballverein. Wow, Fußball ist wirklich die einzige Sache so im Sportbereich, wo ich mich wirklich gar nicht dafür begeistern kann. Warum auch immer. Keine Ahnung. Hatte ich nie so, hat mich nie gecatcht. I don't know. Natürlich, das Einzige, was ich schaue, ist die Fußball-WM. Und jetzt hier natürlich auch den African Cup. Die afrikanische Meisterschaft. Weil das natürlich überall läuft hier. In den ganzen Cafés, in den Restaurants. Was ist das für eine kleine Türe? Ja, die Türen, die klemmen auch alle irgendwie. Egal, du kannst hier in den krassesten Bilder sein. Irgendwas funktioniert nie. Habt ihr im Video auch gesehen. Der Brunnen geht nicht. Allein das Volleyballfeld. Also keine Ahnung. Das ist ja alles ein bisschen weird. Das ist alles ein bisschen. Wie warm ist das bei dir? Mir fehlt die Wärme. Ja, es ist echt richtig angenehm mittlerweile. Es hat jetzt, keine Ahnung, es ist jetzt 18 Uhr zum Beispiel. Und es hat schon, schwierig zu schätzen jetzt, ich glaube 20 Grad locker. Also 23, 24. Am Abend ist es immer noch sehr, sehr kalt. Besonders in der Wüste, es hat einfach 3, 81 Zuschauer. Let's go. War es sehr kalt. Wirklich, man kann es sich halt immer nie wirklich vorstellen. Aber es ist so. Der Sand ist wie Schnee. Also es ist eiskalt, 3 Grad. Genau. Geht es bald Richtung Westsahara? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Es geht ja bald nach. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Hier sind so viele Katzen und Hühner und alles. So viele Tiere. Die laufen sonst rein. Gestern hat die Katze das ganze Apfelmus vernascht. Nächste Frage von Luca. Die wichtigsten Dinge im Rucksack während der Weltreise Backpacker. Ich habe ein Video dazu gemacht. Gleich am Anfang noch im Dezember meine Packliste sozusagen. Ich habe da noch einiges vergessen. Also das ist nicht alles. Ich werde vielleicht sogar morgen ein Video dazu aufnehmen. Morgen ein Video droppen dazu. Weil das tatsächlich eine sehr viel gestellte Frage ist. Also ich werde morgen ein Video dazu machen. Und dann siehst du auch gleich wirklich konkret die Sachen, die ich dabei habe. Wo gehst du zum Friseur? Bis jetzt war ich wirklich 21 Jahre lang bei meiner Tante. Weil die Friseurmeisterin ist. Und ich konnte dann immer for free zum Friseur gehen. Und die hat das gut gemacht. Und jetzt war ich auf der Weltreise erst einmal in Tanga. Er hat es auch ganz okay hinbekommen, würde ich sagen. Und in Zukunft keine Ahnung, wo ich auf der Weltreise noch so zum Friseur gehen werde. Vielleicht schneide ich mir die Haare auch mal selber. Wenn es gar nicht anders geht. Kann man mit dir reisen? Kann ich eigentlich gleich mit Nein beantworten. Weil ich ja alleine unterwegs sein möchte. Ich würde es euch auf jeden Fall auch empfehlen. Eine Reise in der Form alleine zu machen. Zu zweit könnte es auch okay sein. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber es muss wirklich die richtige Person sein. Auch deshalb wenn mir jetzt irgendwer, wenn mir ein Fan schreibt. Kann ich da hinkommen? Kann ich dich? Natürlich Freunde besuchen mich. Früher oder später. In Südamerika oder so. Costa Rica wäre sehr, sehr geil. Werden mich einige Freunde besuchen kommen. Aber jetzt so fest mit Leuten zu reisen. No, no, no. Ist auf jeden Fall alleine besser. Wann es nach Amerika geht. Meinst du jetzt USA oder generell den amerikanischen Kontinent? Weil nach Südamerika geht es ja im März wahrscheinlich schon. Ich muss jetzt mit Lukas nochmal telefonieren. Und abklären wann wir konkret starten. An welchem Tag. Das stresst mich ein bisschen. Dass wir da jetzt nicht so. Ich habe ihn schon ein paar Mal angerufen. Er ist nicht rangegangen. Er ist in Abu Dhabi gerade. Mal schauen. Aber ja, very soon. Hoffentlich sehr, sehr bald. Fährst du Motorrad? Nein, ich habe keinen Motorradführerschein. Aber ich bin Motorrad bzw. sehr viel Roller, Scooter in Asien gefahren. Also nur, 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 nur. Hattest du mal einen Unfall? Okay, kurze Story. Kurze Story. Und zwar, wir waren auf Bali. Wir waren, glaube ich, 20 Leute. Und innerhalb von drei Wochen hatten 20 Leute, also von 20 Leuten hatten 8 einen Unfall. Das heißt, fast 50% hatten einen Unfall aus unserer Freundesgruppe. Und ich hatte den krassesten Unfall. Also wirklich. Der war wirklich geisteskrank. Mit einer 300er Honda Vario. Mit einem Roller hatte ich einen Rollerunfall auf Bali, ja. Hast du Angst vor der Überfahrt nach Südamerika in einem kleinen Boot? Ja, das Boot ist echt nicht groß. Man hat es leider nicht ganz so gut gesehen. Ich habe nur ein ganz kurzes Video gemacht. Es war relativ spontan, weil ich eben nie damit gerechnet hätte. Ich habe einfach nur mein Handy kurz rausgenommen. Und dann, Lukas war auch sehr, sehr busy gerade in dem Moment. Und ich habe einfach nur ein kurzes Proof-Video gemacht. Aber das Boot ist so 8 bis 10 Meter, würde ich sagen. Ich glaube so 10 Meter ziemlich genau. Wahrscheinlich nicht mal. Ist schwierig einzuschätzen. Das Boot ist auf jeden Fall nicht groß. Es ist keine große Segeljacht. Es ist kein Containerschrift, wie zu Anfangs geplant. Was steht heute noch an? Heute tatsächlich nicht mehr so viel. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Livestream, weil ich mir das schon ewig vorgenommen habe. Die anderen sind wie gesagt gerade beim Kamelreiten und beim Strandbar gefahren in der Agafai-Wüste. Die ist hier sehr, sehr nah. Ich glaube 10 Minuten weg nur. Und genau, ich habe jetzt gerade Zeit. Deshalb Livestreamen. Dann noch kurz kochen für die anderen. Dann einfach geile Gespräche haben. Es ist halt so geil in diesem Team. Ich lerne total viel. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal nach Thailand zu starten. Falls ihr noch nicht da wart, schaut es euch an. Es ist auch extrem empfehlenswert als erste Asienreise. Also Thailand ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Ich war als erstes, meine erste Asienerfahrung war Sri Lanka. Aber das ist schon fast ein bisschen zu heavy, würde ich sagen. Weil Sri Lanka, du wirst ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil es touristisch noch nicht so erschlossen ist. Deshalb Thailand habe ich als angenehmer empfunden. Wenn ihr eine erste Asienerfahrung machen wollt, Thailand würde ich empfehlen. Wie lange hast du vor, unterwegs zu sein? Das hat mich tough, also natürlich auch gefragt. Wie lange hast du vor, unterwegs zu sein? Die meistgestellte Frage, glaube ich. Oder eine der meistgestellten. Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Kommt drauf an. Wo es mir gefällt, bleibe ich. Von welcher Herausforderung oder Land hast du am meisten Respekt Angst? Ich glaube jetzt Brasilien wird heavy. Ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Auch Marokko habe ich mir auch gedacht. Dass es krass sein könnte, aber es ist eigentlich extrem easy. Bis auf Tanga, Casablanca auch gar nicht geil. Also die Städte hier sind es einfach nicht. Marrakesch ist okay. Das ist ganz nice. Aber sonst, falls ihr auch noch nach Marokko mal startet, meidet die Städte. Auch Casablanca hat 10 Millionen Einwohner. Das ist so das New York von Marokko. Ist nicht geil. Ist halt eine Großstadt, industrialisiert. Also schaut euch die Dörfer an. Merzuga in der Sahara oder wie hieß das andere nochmal? Essoera, Pferdereiten, Beach, Surfen. Mega geil. Wirst du Internet haben auf der Überseereise? Sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich Starlink von Elon Musk. Hast du eine grobe Route? Ja. Eine grobe Route habe ich natürlich schon. Also mein Ziel ist es in den Westen zu starten. Also ganz kurz. Hier ist Deutschland. Ich starte in den Westen und komme vom Osten wieder heim. Das heißt einmal um die ganze Welt. That's the route. That's the route. Aber genauer kann ich es euch nicht sagen. Warst du früher Koch? Ja genau, ich war Koch. Also ich habe eine Ausbildung gemacht. Und habe an Tag 1, wo ich fertig war, gekündigt. Das heißt, ich hatte meine Abschlussprüfung in Rosenheim. Vielleicht kennen das einige von euch. Und habe am Tag der Abschlussprüfung aufgehört. Kennst du die Jungs, die mit 50 Euro in die Welt reisen? Haben gerade den Atlantik überquert. Genau, David O'Donalds. David Kurz kenne ich. Ich bin noch in Kontakt mit ihm. Also ich schreibe mit ihm. Wie alt bist du? I'm 21. Welche SIM-Karte nutzt du, dass du in jedem Land überall Internet hast? Ich hatte am Anfang noch eine internationale SIM-Karte. Genau. Der Vertrag ist dann ausgelaufen, weil ich in Deutschland alles gekündigt habe. Also ich habe mein Auto verkauft, meine Krankenversicherung. Bezahle ich nicht mehr. Abgemeldet und so. Genau, das hat dann natürlich noch funktioniert. Und jetzt habe ich halt WLAN. Ich hatte sogar in der Wüste, im Wüstencamp einfach WLAN. Man muss dazu sagen, Internet kostet hier auch gar nichts. Also 2 Euro, glaube ich, für 10 Gigabyte oder so. Was ist das eigentlich für ein cooler Topf, wo die Marokko-Leute hier Essen kochen? Ich zeige euch jetzt ganz kurz was. Das ist Taschin. Das ist wirklich geil. Also am Anfang habe ich es noch mehr gefeiert. Jetzt mittlerweile kann ich es eigentlich nicht mehr sehen, weil es das natürlich jeden Tag gibt. Das ist, glaube ich, genauso, wenn du in Italien lebst und jeden Tag Pizza isst. Dann hängt es ja auch beim Hals raus irgendwann. Ich muss ganz kurz schauen, ob die das hier am Start haben. Ja, genau, hier ist Taschin. Das Gefäß, was Saki meinte, ist Taschin. So sieht das Ganze aus. Das ist aus Ton getöpfert. Das ist der Deckel. Das kommt einfach so ins Feuer rein. Oben kommt dann Dampf raus oder so. Genau, darin wird Essen zubereitet. Das ist meistens irgendwie Kartoffeln, Fleisch. Das wird alles wie ein Eintopf da reingeworfen im Endeffekt. Und dann so Tomaten noch drüber, die garen dann so ganz langsam durch. Und dann hast du eine richtig geile Soße und du dippst halt dann immer dieses Brot ein. Zum Beispiel hier. So sieht das Brot aus. Das ist so wie Fladenbrot. Extrem geil. Also es ist echt gut. Marokkanische Brot ist auch ein bisschen süß. Genau, und dann sitzt du im Kreis und hast ein, wie sagt man, Gemeinschaftsgefühl. Also du isst zusammen. Das ist halt sehr verbündet, halt sehr Essen verbindet hier. Noch krasser als bei uns. Du bekommst ja Geld über Social Media. Genau, natürlich bekomme ich mittlerweile Geld. Also seit kurzem erst. Ich bin dann mit 4000 Abonnenten gestartet. Vor, was ist heute für ein Tag? Tag 48 oder so. Genau. Bin ich gestartet mit 4000 Abonnenten. Und jetzt sind es 113.000 oder so. Auf TikTok natürlich auch schon 13.000 oder so. Genau. Ich bekomme Geld. Aber das ist alles für danach. Genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall nichts ausgeben. Auf keinen Fall, weil das für mich einfach Cheaten wäre. Weil ich verdiene Online-Geld. Koch-Stream die Woche wäre auf jeden Fall extrem geil. Ich werde auch morgen, habe ich mir überlegt, habe mir meine Mom vorgeschlagen, werde ich ein Koch-Tutorial machen. So, Minute oder so. Mal schauen. Welche Sprachen sprichst du alle? Ich spreche Deutsch und Englisch nur. Und Bayerisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Also zwei Sprachen. Englisch sehr gut mittlerweile durchs Reisen extrem. Improved das Ganze. Also sehr stark verbessert. Und Spanisch werde ich auch auf jeden Fall noch sehr krass vertiefen. Ich kann die Basics Spanisch. Also ich lerne seit drei, vier Monaten auch mit Duolingo und so. Also die Basics und werde dann Spanisch lernen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, fließend Spanisch zu sprechen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schnell gehen. Wenn du mit den Leuten einfach interaktest und 24-7 das aufnimmst, wie ein Schwamm. Und mit den Leuten redest, dann werde ich das so schnell lernen. Auf jeden Fall. Yangtola, das Lustige ist, ich kann gar nicht segeln. 0,0. 0.0 kann ich segeln. Gar nicht. Aber ich werde es lernen. Das ist natürlich die Feuertaufe jetzt dann. Über den Atlantik zu segeln. Ich hätte davor vielleicht segeln gehen sollen. Ich fange wegen dir diesen Sommer auch an, ohne Geld mit dem Trampen rumzukommen. Nur in Europa. Haus 18 Boys. Extrem geil. Sehr, sehr geil. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Genau, erstmal eine Europa-Reise zu machen. Habe ich auch gemacht. Ich bin nach Helsinki getrampt. Wo ich, wie alt war ich da? 16, 17. Als Testreise sozusagen hat mir extrem viel geholfen, schon mal den Horizont zu erweitern. Dann erstmal reinzukommen. Es ist extrem safe. Besonders wenn du, ich würde dir vielleicht empfehlen in den Norden zu starten. Dänemark, Schweden. Du kannst überall außen pennen. Legal sogar. Eine typische deutsche Frage. Wenn du keine Krankenversicherung mehr hast, was tust du, wenn du zum Beispiel krank wirst oder ins Krankenhaus musst? Ich habe natürlich schon eine Krankenversicherung, aber ich bin halt nicht mehr in Deutschland krankenversichert wie die meisten. Ich habe eine deutsche Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Ne, es ist gar keine deutsche. Es ist eine belgische, glaube ich. Ich habe einfach eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen für zwei Jahre. Das habe ich einmalig bezahlt. Letztes Jahr, gleich im September, habe ich das bezahlt. Das hat 730 Euro gekostet oder so. Dann habe ich jetzt zwei Jahre meine Ruhe und kann einfach zwei Jahre lang reisen. Und wenn mir irgendwas passiert, es ist alles abgesichert. Also es ist wirklich jeder Scheiß. Also von Zahnschäden, Helikopter, Rücktransport, Fremdschäden. Also muss ich mir keine Gedanken machen. Meine Eltern finden das aber gar nicht geil. Bei mir war es genauso. Aber du pusht einfach durch. Du machst es. Deswegen muss ich warten, bis ich 18 bin. Ja, ich konnte es Gott sei Dank machen, bevor ich 18 bin. Meine Eltern waren da ein bisschen entspannter, aber mit 18 gibt es auf jeden Fall keine Entschuldigung mehr, würde ich so sagen. Ja, starte auf jeden Fall nach Frankreich, Spanien und Portugal. Auch sehr geil. Auch sehr, sehr geil. Spanien wird schwierig zu trampen, sage ich dir gleich schon mal. Aber ist okay. Du hast ja Zeit, hoffentlich dann. Nach dem Abi wird wild. Auf jeden Fall wird nach dem Abi wild. Das war unser Standardspruch, unser Insider. Auf welches Land freust du dich am meisten? Ich glaube auf Indonesien. Ja, da war ich zwar schon mal. Relativ lang. Aber das wird wieder sehr, sehr geil. Ist es körperlich anstrengend, das ganze Traveln und die meiste Zeit unterwegs sein? Das ist wirklich extrem anstrengend. Und das unterschätzen die meisten auch. Die Leute denken, ja, der sieht hier die ganzen geilen Orte. Aber es ist auch ein krasses Struggle. Also wie gesagt, auch das ganze Social Media Game. Ich bin hier vier Stunden am Tag beschäftigt mit Videos und Content und allem Möglichen. Und auch so sehr ich es liebe im Zelt zu schlafen, es laugt einen schon aus. Es laugt einen wirklich aus. Deshalb umso geiler, dass ich jetzt hier Urlaub machen kann. Genau. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland logischerweise in der Nähe von München. In der Nähe von München. Wenn jemand hier im Chat Bock hat, eine kleine Tramp-Reise zu machen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch empfehlen würde. Aber ich glaube, zu zweit geht es noch. Zu zweit geht es noch. Ich habe auch eine Freundesgruppe. Die haben das Ganze zu dritt gemacht. Die sind von Deutschland an den Nordkap getrampt. An den nördlichsten Punkt Europas. Das sind auch, glaube ich, 3000 Kilometer oder so. Wenn nicht sogar noch mehr. Und die haben halt schon echt lange gebraucht. Weil ich meine, wie viele Leute haben drei Plätze im Auto frei? Die besten Chancen hast du, wenn du alleine bist. Und die Leute sind auch eher so, haben mehr Angst, wenn sie zwei Leute sehen. Weil sie denken, ja, ich werde hier ausgeraubt von der Gruppe. Also, wenn du alleine dastehst, dann denken sich die Leute vielleicht weniger. Aber ich will es euch nicht ausreden. Macht es zu zweit auch geil. Also, manchmal denke ich mir natürlich auch, zu zweit wäre geil. Wenn ich dann da stehe und irgendwie, ja, struggling bin. Dann ist es zu zweit immer cooler. Tipps für Indonesien. Ja? Also ladet euch auf jeden Fall die GoCheck App runter. Das Lifesaver. 120 Zuschauer, extrem geil. Das geht noch hoch. Ladet euch die GoCheck App runter. Oder Grab. Könnt ihr überall hinfahren. Ich bin von Uluwatu nach Ubud mit dem Rollertaxi. Also Grab ist, die meisten von euch kennen es vielleicht sogar. Ist in Asien so eine Application, eine App, wo ihr, ja, rumfahren könnt. Euch Essen liefern lassen könnt. Also mit dieser App könnt ihr wirklich alles machen. Und die fahren euch zwei Stunden durch die Gegend. Und ihr zahlt im Endeffekt dann zwei Euro für zwei Stunden Taxifahrt. No Joke, es ist nicht untertrieben. Und was ist noch ein Tipp? Ja, ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass halt, wenn ihr jetzt nach Bali fahrt, dass schon viel los ist auf jeden Fall. Also Tourismus ist schon crazy. Der Verkehr ist krass. Die Luftverschmutzung ist auch scheiße. Aber ich liebe Bali trotzdem. Also ich liebe es einfach. Schaut euch nicht nur Bali an. Genau, Nusa Penida, extrem geil. Nusa Penida war ich auch extrem geil tauchen. Und mein Tipp, fahrt nach Gili. Also Gili war, ist, ich glaube, Gili ist der schönste Ort, wo ich jemals war. Fahrt nach Gili. Oder Lombok. Es gibt halt so viele Inseln, also die wenigsten wissen, dass Indonesien 16.000 Inseln hat. 16.000. Und 10.000 davon sind unbewohnt. Gili Trangawa war ein Beste. True. So, ja, wobei, Gili Air, ich war auf Gili Air. Gili Air ist, ähm, hat mir noch besser gefallen. So, Honeymoon Vibe, ist ein bisschen entspannter. Also, spielst du ein Musikinstrument? Boah, ich würde so gerne, wenn ich mir ein Musikinstrument aussuchen könnte, wäre es Klavier, glaube ich. Mein Bruder spielt Klavier. Extrem gut mittlerweile. Ähm, aber ich spiele leider kein, wobei, ich habe auch Trommel gespielt. Marschtrommel. Bei uns im Dorf war ich im Trommlerverein. Sind wir bei den ganzen Zügen, oder wie sagt man, Gaufest und so. So, bayerische Kultur. Genau, und ich habe natürlich als Kind Blockflöte gespielt. Ich habe mich dran probiert. Ich war auch gut, glaube ich. Aber, nein, 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 nein. Ich mache schon so viele Sachen, da habe ich leider für ein Musikinstrument keine Nerven mehr. Bist du oft hungrig unterwegs? Ja, ich war jetzt mittlerweile schon echt oft hungrig. Ähm, ich hatte dann ab und zu so Riegel dabei. So Müsli-Riegel oder so, die mir dann halt Leute davor noch gegeben haben, als Proviante oder so, keine Ahnung, 10 Thunfischdosen. Das hat mich dann immer komplett gerettet. Also, wirklich. Das Ding ist, ich bin zwar geografisch gesehen in Afrika, aber Marokko ist halt eigentlich nicht wieder, es ist halt kein, kein echtes Afrika, also wie man sich das vorstellt. Das heißt Senegal, Ghana, Gambia, Nigeria, Cape Town auch geil. Also, genau, das würde ich mir schon noch anschauen, früher oder später. Mir hat auch eine Abonnentin für mich geschrieben, dass ich nach, wie heißt jetzt die Insel in Tansania? Jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Sansibar, genau, dass ich nach Sansibar kommen soll, wäre auch cool. Den Kilimandscharo zu besteigen, wäre auch ein Highlight, hat mir mein Opa auch empfohlen. Ich werde das Tuff-Video posten, hat er auch gesagt, im Fernsehen live, dass er an seinem 50. Geburtstag auf dem Kilimandscharo war, dass das ein sehr, genau, Namibia auch cool, dass das ein sehr emotionaler Moment war. Das heißt Kilimandscharo würde ich auch gerne besteigen. Aber das wird halt jetzt noch etwas dauern, weil Südamerika einfach immer noch, also hat für mich mehr Bedeutung, muss ich sagen, auch Karibik. Hattest du Angst vor der Kritik von Leuten, als du angefangen hast mit Social Media? Wenn ja, wie hast du sie überwunden? Ja, das denken sich halt viele Leute, wenn sie einfach mit Social Media starten und irgendwie nur 500 Abonnenten haben, dass es irgendwie cringe ist oder sonstiges. Aber das muss euch eigentlich egal sein. Ich mache sie echt schon lange, ich probiere Social Media echt schon lange. Ich habe, keine Ahnung, auch seit ich 15 bin oder so, bin ich schon am Tryhard und habe auch YouTube gemacht, irgendwie seit drei Jahren. Immer mal wieder Videos gepostet, sehr, sehr unregelmäßig, dann auf Englisch, dann auf Bayerisch. Und jetzt im Endeffekt hatte ich durch diese Weltreise meinen Durchbruch. Und ja, jetzt sind natürlich, ja jetzt hat es im Endeffekt, jetzt hat sich das Ganze ausgezahlt. Ja, das heißt, die Kritik muss euch egal sein. Dann hätte ich auf die Kritik von anderen Leuten gehört, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, hätte ich keine 100k. Also es ist mir eigentlich scheißegal. Was hält deine Familie von der Reise? Ja, das kannst du in einem Tuff-Beitrag sehen. Ausführlich sogar. Die haben meine Family interviewt, die waren in meinem Heimatdorf und haben meinen Eltern genau diese Frage gestellt. Werde ich auch die Tage posten. Ich glaube, Tuff postet das Ganze auch auf YouTube, die Tage mal. Aber kurz gesagt, sie haben es am Anfang nicht gut gefunden, natürlich, weil es auch ein Risiko ist und Eltern sind ja immer sehr protective. Aber jetzt sind sie halt sehr stolz, dass ich es durchgezogen habe. Und euch muss eigentlich auch die Meinung von den Eltern scheißegal sein. Ihr müsst wirklich eigentlich einfach gesagt auf alle scheißen. Es ist so. Es ist einfach so. Selbst wenn die Eltern es euch auszureden versuchen. Sie haben mir es auch ausgeredet. Ganz ehrlich. Aber cool, dass du die Chance bekommen hast, über deine Weltreise bei Tuff zu reden. Der Beitrag war echt cool. Ich fand ihn auch extrem cool. Also ich fand ihn sehr, sehr nice. Ist gut geworden. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass ich, wie sagt man, defamiert werde. Dass ich als extrem, dass ich negativ dargestellt werde. Kann ja passieren im Fernsehen. Besonders auf ProSieben. Aber war okay. War echt okay. Wo möchtest du als nächstes hin? Äh, ja, wieder zurück nach Tarifa. Und dann nach Gibraltar. Und dann nach Brasilien. Dann nach Brasilien. Bist du zufrieden, wie es läuft? Ah, ich bin so happy. Es ist crazy. Ich wache in der Früh auf und lache erst mal fünf Minuten. Mindestens, also jeden Tag. Ich wache in der Früh auf und denke mir, es ist viel zu krass. Ich träume gerade. Also wann wache ich wirklich auf? Und es war alles nur ein Traum. Es läuft extrem gut. Es läuft wirklich extrem gut. Ich habe es mir geil vorgestellt, aber dass es so gut läuft. Und so. Und das ist ja erst der Anfang. Also das ist ja noch gar nichts. Ich glaube, die Weltreise hat noch gar nicht angefangen. So wirklich. Es ist echt nur die Aufwärmrunde. Ich würde es euch auch empfehlen. Wenn ihr so etwas in der Art machen wollt, oder wenn ihr einfach viel reisen wollt, keine Ahnung, lernt ein Handwerk. Also macht eine handwerkliche Ausbildung, weil Handwerk wird auf der ganzen Welt gebraucht. Hast du einen Plan, wann du wieder zurück nach Deutschland möchtest? Oder möchtest du überhaupt zurück? Ja, ich habe die Frage vorher schon beantwortet. Eigentlich. Also ich habe kein Zeitlimit. Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs sein werde. Und ob ich überhaupt nach Deutschland zurück möchte, ich werde auf jeden Fall in Zukunft nicht in Deutschland leben. Zumindest nicht fest. Das heißt, ich würde irgendwie nur drei, vier Monate pro Jahr in Deutschland verbringen. Irgendwie Weihnachten, Geburtstag, Silvester. Ich habe ja auch, wie gesagt, um Weihnachten noch um Geburtstag. Dann könnte ich die drei Sachen mitnehmen immer. Und den Rest des Jahres würde ich halt woanders wohnen. Was sagst du zu den doofen Kommentaren, dass du trotzdem Geld für die Weltreise ausgibst? Ja, es ist mir egal, weil wer es glaubt, der glaubt es. Und wer nicht, der halt nicht. Und ich weiß für mich, dass ich das so für mich durchziehe und dass ich bis jetzt keinen Cent ausgegeben habe. Dein Lieblingsfilm, also mein Lieblingsfilm ist The Great Escape. Gesprengte Ketten mit Steve McQueen. Ein uralter Film von 1970 oder so. Was vermisst du an Deutschland? Das habe ich schon beantwortet. Ja, dann beantworte ich das Ganze noch ganz kurz, obwohl ich schon im Video beantwortet habe. Was vermisst du an Deutschland? Ein ganz simples Ding irgendwie. Aber es ist ein krasser Luxus. Leitungswasser, also Leitungswasser zu trinken, den Hahn aufzudrehen mit den Wasserkanistern hier. So ein Scheiß, also wirklich. Also im eigenen Bett zu schlafen, ist auch extrem geil. Immer essen zu haben, einfach in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen, zu kochen. Die Freunde um sich rum zu haben. Okay, danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns die Tage nochmal. Auf jeden Fall. Ich werde, wie gesagt, noch öfters hier streamen jetzt. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. War ein cooler Stream. Peppo happy auf jeden Fall. Bing bang badaboom. That's it. Vielen Dank. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Follow da. Das ist kostenlos. Schaut euch das Video an von heute. Mein neues Reel. Schaut auf TikTok vorbei. Oder halt nicht. Vielen Dank. That's the end.